Mit diesem Lied verbindet mich den Tod eines geliebten Lehrers. Guten Morgen! Wer bist du? Ich bin die böse Hexe und ich verzauber euch jetzt. Morgen! Ja, du meine Güte, was ist denn hier los? Die armen Arme Kinder sind. Aber zum Glück gibt es mich, die gute Weiße, und ich bringe alles wieder in Ordnung. So, jetzt hab ich euch befreit und ihr seid mir mit Sicherheit auch so sehr dankbar. Bis an euer Lebensende! Lena! Wie wär's mit dir? Komm mal vor! Der Unterschied zwischen nebelig und neblig... Na los! Das eine ist akkusativ und das andere genitiv. Bitte was? Das ist ja unerhört! Setz dich wieder hin! Also... Der Herr Professor Wunderlich, ein sehr gelehrter Mann, hält einen Vortrag übers Herz und wie man es nennen kann... Der Ausdruck Herz ist ganz verkehrt. So spricht er weisheitsvoll. Es ist ne Pumpe und ich mein, dass man's so nennen soll. Das Herz pumpt wie eine Pumpe, das Blut im Kreise rennt und deshalb will die Wissenschaft, dass man es Pumpe nennt. Ein Junge! Wenn ich ins dunkelblau funkelhell Auge schau, Mane ich, ich schau in mein Himmelreich rein. Wenn ihr mal der Herrgott wär, dann schaue dich nun doch gerne bis. Hält mir ned! Mane ich, ich schau in mein Himmelreich rein! Und dann kamst du da rein und da habe ich mir gedacht, Mensch, die Frau muss her. Da habe ich gesagt, Mensch Jungs, ich gehe mal hin und dann haben wir dann mit dem Lied. Ich weiß, das Lied war ich sogar noch, zu dem wir das erste Mal tanzt haben. Ich ahne, liebe Leute, ich auch. Nein. Isola Bella am Lago Maggiore, Insel der Schönheit, nichts kommt dir gleich. Tau, die steigte Burrischam geboren, eine Felseninsel aus der Flut. Wundersame Seilandstraum verloren, ein Gedenk gesteht im Sehnsuchtblut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020